Ja, ja, ihr wisst ja immer, bei so einer Programmvorschau muss ich mich für ein oder darf mich für ein Bildchen entscheiden. Ihr seht es jetzt hier eingeblendet. Natürlich gibt es dann auch noch genug andere Beiträge. Ja, langsam wird es langweilig. Ich weiß, könnt ihr dann wieder schauen bei VK, bei BitChute, bei Rumble oder Odyssey, die sich den Trailer bei WegnusTV aufrufen. Können sich natürlich dann auch gerne den entsprechenden Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Ja, und wer dann die Stange halten möchte und dabei sein möchte, dann dürften wir uns ja auch gleich wieder sehen. Macht's gut. Tschüss.